kleiner turn diesmal funktioniert sein das was macht denn der tut die sonnenwinsel willkommen zurück zu kürbel space programm und heute geht es nach duna ihr seht wir haben wieder genügend fans und in drei stunden können wir loslegen duna encounter und zuerst müssen wir einfach was bauen und zwar möchte ich die mission nach duna fliegen also fly by duna und getter scientific data from duna machen wir doch ich habe schon was kleines gebaut das möchte ich kurz laden ich habe hier ein launcher inklusive 333 so satelliten oder probes eine solche hier ein flyby machen der anderen zwei sollen eigentlich gleich bei duna und bei dem mond in juna oder neben juna bleiben das ist mal das was ich eigentlich heute machen möchte let's go and not steht ich hoffe man das delta wie reicht aus wir haben wir kommen sicher bis zur orbit dann bis zu duna und dann sehen wir weiter so nun schon ready heute ist doch ein schöner tag so hoffentlich ist der start richtig erfolgreich dann schauen wir mal und jetzt starten wir ein bisschen den gravity tönen so sieht schon mal nicht schlecht aus so kann sich das sehen lassen so weiter tönen also mit dem habe ich nicht gerechnet ja ja wahrscheinlich war das doch keine so gute idee schon zu tun na dann let's try reverse the flight to launch ok okay einer test so war das zu schnell vielleicht war ich zu schnell es kann natürlich sein dass sie viel zu schnell war und ich glaube nicht in 350 170 gibt euch ein bisschen runter kleine töne diesmal funktioniert da muss ich doch was ändern da muss ich doch was ändern ich versuche es noch einmal wenn es jetzt nicht klappt dann muss ich am design was ändern dann warten wir bis bis auf 10.000 meter für den gravity turn was passiert denn hier was passiert denn hier das vergessen fängt schon schlecht an so bleibt mal so hoffentlich klappt das jetzt noch zu schnell das sieht schon viel besser aus muss uns volle power geben ja erfolgsgleicher start jetzt klappt es das war aber knapp so gehen weiter runter nicht zu viel nicht zu viel ab und ab sie ist bis jetzt bei 50 60 kilometer 70 so bleiben wir und sobald wir bei 100 sind lassen wir mal die engines abkühlen und so ja ja also wir sind bei 100 kilometer ab ab warten ja warten ein bisschen was ist da los bis wir circa 40 sekunden weit weg sind von der ab und los geht's ja jawohl jawohl das sieht doch genial aus damit den mit den wolkenformationen hier sieht es genial aus perfekt gutes timing aha und decouple und starten wir so und wir haben Arbeit wir sind im Arbeit mit die neuen mal so und die zwei gerade mal alle unsere paneele und geht das nicht kann ich gar nicht geht natürlich man darf das nur nicht nicht hat erstellen wenn man die ui nicht sind so paneele die kleid ich habe das gefühlt uns fehlt was wir haben wir haben strom oder electric charge uns fehlt doch electric charge dann bei den beim release bei den release naja schauen wir mal wie weit das wir kommen wir brauchen ja nicht viel wir haben ja nur ein temperaturmesser schauen wir mal ob wir da seins zu erledigen haben haben wir nicht und haben hier noch ein barometer so es geht richtung duna also set duna as target und hier ist duna hier ist die sonne und wir müssen schneller werden also wissen wir circa ja ich würde sagen hier circa äh bölen am besten deaktivieren wir ein paar sachen hier äh interessiert uns nicht interessiert uns alles nicht im moment so dann sagen wir mal hier gehen wir ein bisschen schneller und zwar so dass wir duna verlassen äh nicht duna sondern kirbin so dass wir kirbin verlassen so und möglichst parallel genau drüben verlassen also jetzt müssen wir ein bisschen schneller sein schneller 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 und wir haben fast einen counter wir sind bei 900.000 ein kilometer so wir können das danach später hier irgendwo noch korrigieren aber das ist schon sehr sehr nahe ja das wird weniger 813 perfekt super start brauchen genau noch 1000 meter in der sekunde und wir sind bei 2 und haben über 2.500 sehr schön so 55 wir warten noch 30 60 minuten also let's warp hier und voller power yeah sieht doch gut aus und das geht wieder ein bisschen geld dann 200 meter pro sekunde und korrigieren noch ganz wenig langsam da durch müssen wir so das reicht jetzt haben wir einen counter wie weit ist er so weit auf jeden fall das geht die andere seite gehen wir ein bisschen runter wir haben sogar ein ja ist der ike encounter perfekt ich glaube wir lassen es gerade so können wir nutzen um abzubremsen auch ja das sieht super aus braucht noch 300 korrektur ok genial so nicht vergessen quicksave und lass uns bis hier her worten und wort mal 18 tage komm let's go to space center schauen wir mal ob wir eine bewandte mission duna 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 orbit würde ich sagen machen können machen können und wege und den weg dann werde ich drauf schneiden dann so lass uns den abbauen und willkommen zurück ja ich wollte eigentlich eine space station aufbauen und diese nach duna schicken aber ein problem die masse wird viel zu hoch ich habe nicht gegen delta wie und um weitere ja engines da abzubauen reicht nicht zu viel masse dann habe ich mir gedacht das lasse ich da ja im moment ich warte mal bis ich eine mission in duna habe um eine neue space station oder irgendwas in duna neu aufzubauen also lassen wir das gehen wieder zurück zu unserem vessel und warten mal auf unser man übernode drei stunden in drei minuten sind wir soweit jetzt stopp Untertitelung. BR 2018